Dass also auch dieser wie jeder Sommer, sagst du dir, musst du dir sagen, wieder jede Vernunft, vergangen, ein Ende, aus und vorbei, mit rechten Dingen, wie kann er vorbei sein, am Abend Carina ins Bett bringen, jetzt hast du ein Kind, und dann weiterschreiben, das Jahr 1983, im Juni 40 geworden und fristgerecht meine Arbeit verloren, eine unersetzliche Halbtagsstelle in einem Antiquariat, und mit meinem dritten Buch angefangen, über das Dorf meiner Kindheit, Stauffenberg im Kreis Gießen. Jetzt schreibst du wieder, sagt Sibylle am Abend zu mir, du schreibst jeden Tag, und dann wirst du bald wieder für drei Jahre zum Gespenst. Diesmal nicht, sagte ich, und gleich kam mir vor, als ob sie das seit dem Sommer schon jeden Abend zu mir sagt. Erst noch die späte Sonne, Ewigkeitsgolden auf den Fenstern, Dächern und Giebeln, dann in den Abend hinein lange prunkvolle Dämmerungen in immer tieferen Farben, und jetzt immer länger die Nacht ums Haus. Herbst wird jetzt jeden Tag früher dunkel. Carina ist vier, vor zwei Wochen ihr Geburtstag, und dann war sie krank. Ohrenschmerzen, Husten, Fieber, eine Frankfurter Halsentzündung, nasskalt und jeden Tag Regen. So früh schon der Herbst? Und kein Nachsommer? Kein Nachsommer dieses Jahr? Und dann ist Carina wieder gesund und kann alle Bilderbücher auswendig, nicht nur ihre eigenen, auch die aus der Bibliothek. Schon gestern kein Fieber mehr. Es hat aufgehört zu regnen, und am dritten Tag mittags ziehen wir ihr alle warmen Sachen an, die wir für sie haben. Strumpfhosen, Wollsocken, eine Polizeigrüne Mantelstoffhose, von Pascal einen selbstgestrickten bunten Pullover, alle Lieblingsfarben in diesem einen Pullover. Sind die Schuhe nicht schon zu klein? Eine dicke, rote Bommelmütze, wie für eine Schneeballschlacht in einem Bilderbuch. Und zum ersten Mal nach dem Sommer auch wieder ihren Anorak, aus dem Second-Hand-Laden. Erst mussten wir die Ärmel umschlagen, so groß. Und jetzt kann man froh sein, wenn er noch eine Weile passt. Grün und ein buntes Zierbörtchen mit einem Indianermuster. Ja, noch ein Eskimo-Muster, magische Zeichen. Sibylle eine rote Korthose und einen dicken, bunten Pullover und bückt sich und bindet Carina von sich einen Schal um, ein großes indisches Tuch, blau, hellblau, türkis und mit Silberfäden, damit man auch an trüben Tagen die Ferne nicht aus den Augen verliert. Und für sich selbst auch so ein indisches Tuch, ein gelbes, gelb oder orange, gelb aber mit hellroten Kringeln, eine Schrift, eine fremde Schrift, große, bunte Tücher und leicht wie der Wind. Dann an einem türkischen Obststand auf der Leipziger Straße jeder einen Apfel. Zum Aussuchen, rot oder gelb oder grün. Und jetzt haben wir die Farben beisammen für einen Herbstspaziergang. Jetzt kommt die Sonne durch. Seit Tagen, seit Wochen zum ersten Mal. Eine blasse Herbstmittagssonne. Und statt am Ende der Leipziger Straße umzukehren, gehen wir immer weiter. Gehen bis zu dem alten Weg bei den Schrebergärten am Bahndamm. Pfützen auf dem Weg, am Bahndamm Mannshoch das Gras, Gras reinfahren, Brennnesseln, Disteln, Ginster, Hagebutten, Weißdorn und Schlehen und Brombeerhecken, die letzten Brombeeren, die letzten und dann die allerletzten. Der Sommer, sagte ich zu Sibylle und Carina. Wisst ihr den Sommer noch? Vor uns her fliegen Vögel auf, kleine Vögel, die schnell durch die Luft schwirren. Und Elstern am Weg. Halten Abstand und bleiben doch in unserer Nähe. Wüssten gern, was wir hier wollen, die Elstern. Den Taunus sieht man und Wolkenschatten über dem Taunus. Und wenn man sich umdreht, die Stadt. Am Horizont, als ob sie uns nachkommen will. Vorläufig zum Stehen gekommen. Wir auch. Am Rand der bewohnten Welt. Hätten auf diesem Weg auf die Ginnheimer Wiese. Hätten an Ginnheim und Eschersheim vorbei. Und immer weiter den Bahndamm entlang gehen können. Masten, Leitungsdraht, Vögel. Die Elstern. Immer wieder S-Bahnen und Eisenbahnzüge an uns vorbei. Manchmal ein Trönen. Die Autobahn. Flugzeuge. Bei Bonamés Pferdeweiden. Die Nida. Ein Teich. Wie auf einem alten Bild liegt Bonamés in den Wiesen. Hinter Haarheim und Berghersheim Obstgärten. Felder. Der Wind. Wieder Herbst. Und weit weg Kinder. Lassen Drachen steigen. Müssen rennen im Wind. Rennen mit den Drachen am Rand des Himmels entlang. Und lassen sich dann von den Drachen mit in die Luft ziehen. Hoch hinauf. Bis in die Wolken. Sollten nicht zu weit, sagt Sibylle. Carinas erster Tag. Lieber bald umkehren. Wolken ziehen. Wieder die Sonne. Ist eben ein Zug vorbei. Wir stehen in der Sonne auf einmal wie taub. Umso deutlicher gleicht das Bild. Steppengras, Stadtrand und Bahndammgestrüpp. Herbstfarben. Herbstfarben. Alles schwankt. Alles weht. Gelb, braun und schwarz. Von der Zeit und vom Sommer verbrannt. Die ganze vernarbte, zerschlagene Landschaft. Jedes Blatt, jeder Halm, jeder Stein. Fängt in der Sonne zaghaft zu lächeln an. Zaghaft, verhärmt und schief. Und doch wie die Sonne selbst. So hell ist das Licht, dass wir alle drei blinseln. Erst blinseln und dann die Augen schmal. Wie Eskimos, wie Mongolen. Das Gras weht. Die Halstücher flattern. Ein Herbstbild. An Karinas Anorak das Börtchen mit dem Eskimo-Muster. Und wie die Farben leuchten. Als sei die Zeit angehalten. Als ob das Muster uns etwas sagen will. Und dann unser Heimweg. Zurück in die Stadt. Die Elstern mit bis zu den ersten Häusern. Vor ein paar Jahren noch konnte man hinter den Schrebergärten über Wiesen. Die aussahen, als ob sie keinem gehören. Niemandsland, Steppe, Brerie. Indianerland für die Kinder von Bockenheim, Ginnheim und vom Industriehof. Indianerland und zum Ballspielen auch. Und damit sie den Taunus sehen und die Jahreszeiten. Und stehen und müssen dem Wind und den Zügen nachsehen. Den Zügen, den Vögeln, den Wolken nach mit dem Blick. Und beim Spielen sich heiser schreien, wie die Krähen. Und ein Feuerchen machen, damit sie wissen, wie man ein Feuerchen macht und Kartoffeln brät in der Asche. Ein Stück Brot, einen Apfel mit. Und erst in der Dämmerung heim, heim im Dunkeln. Sogar bis aus Hausen und Eschersheim sind die Kinder hierher auf die Wiese gekommen. Und jetzt sind da Sportplätze. Rasen, Kieswege, Verbotsschilder, Tafeln, Nummern, ein Tennisplatz, eine Aschenbahn, Flutlicht und Drahtzäune, die ein Vermögen kosten. Alles zu, abgeschlossen und unbetretbar. Und der Wassergraben? Ein Rinsal, lebendig, ein Bach. Frösche drin, Kaulquappen, sogar Rietgras und Schilf und Binsen. Und ist weg, unauffindbar, zugeschüttet, erwürgt oder unterirdisch, für immer in einem Kerker. Auf dem Heimweg noch Milch und Obst kaufen und in die Zweigstelle der Stadtbibliothek. Neue Bilderbücher für Carina, sie sucht sie sich selbst aus. Sehen, ob sie in der Bibliothek nicht endlich die Jahrestage 4 bekommen haben und den dritten Band von Statzlanigen, von Farell. Und weil wieder Oktober ist, die Gedichte von Dylan Thomas glücklich mit Heim. Sein Geburtstagsgedicht. Und am Abend den Tag als Bild, mit Eifer, mit Buntstiften. Carina vier Jahre alt, zwei Wochen nach ihrem Geburtstag. Der erste Tag, als sie wieder ganz gesund. Alles mit auf das Bild drauf. Auch nicht die Herbstfelder hinter dem Horizont vergessen. Feldwege, Büschungen, kleine Straßen zwischen den Autobahnen. Wiesen mit Kühen und Pferden, die Kirchtürme von Bonamés, von Bergersheim und Bad Vilbel. Und die Kinder, die mit ihren Drachen hoch durch die Luft segeln. Sind die Herbstferien schon vorbei? Oder kommen erst noch? Doch, aber sowieso viel zu kurz. Hoch in den Wolken, die Kinder. Den Main sehen sie, den Rhein und die Donau. Das Königreich Böhmen, die Alpen, den Balkan, den Bosporus. Und dahinter das ganze Land bis nach Indien und China. Und ganz weit hinten, chinesische Kinder mit chinesischen Mützen und chinesischen Drachen. Und haben auch bunte Börtchen an ihren Jacken. Die auch mit aufs Bild. Carinas rote Bommelmütze. Und mal auch den Wind. Der Wind, der geht schwer. Der Wind und die Wolken und Wolkenschatten. Muss alles mit auf das Bild. Abend, Abend, alle Lampen an, Sibylle in Pullover und Strumpfhose, beißt in einen Apfel. Gute Äpfel, sagt sie, könnten noch Bratäpfel machen, wenn Carina lang aufbleibt und du nicht gleich wieder zu schreiben anfängst. Ein Kirschenjahr war es auch, sagte ich. Herbst, Abend, Nacht ums Haus und die Heizung summt. Buntstifte, Bleistiftspitzer, hell das Licht. Carina neben mir auf dem Sessel. Schon im Schlafanzug. Ein Schlafanzug mit Marienkäfern. Schon seit zwei Stunden im Schlafanzug. Und kein bisschen müde. Halb auf meinem Schoß. Schwebt über dem Bild. Und Peter mal auch das Häschen dazu, sagt sie. Und hat zum ersten Mal abends keinen Husten mehr. Das Häschen, was einmal da weggerannt ist, wie wir es noch schnell gesehen haben. Aber das war doch schon vor Ostern, sagte ich. Ja, sagt sie. Und kommt zwecks Überzeugungskraft mit ihrem Gesicht ganz nah an mein Gesicht. Ja, soll aber trotzdem mit drauf. Mal drei Häschen, Peter. Und sie sollen aber nicht wegrennen, sollst sie malen, wie wenn sie zu uns hingucken, alle drei. Wie wenn sie am liebsten gleich kommen wollen. Abend, eine Dachwohnung mit großen Fenstern. In Frankfurt am Main, in Bockenheim in der Jordanstraße. Zwei Zimmer, Bad, Flur, eine Stehküche. Vierter Stock, kein Balkon. Schräge Wände. Sind letzten Sommer vor fünf Jahren hier eingezogen, Sibylle und ich. Carina ist hier geboren. Als wir einzogen, kam die leere Wohnung mir riesengroß vor. Hell und weit. Und ist seither um uns her immer niedriger, enger und kleiner geworden. Passt bald schon kein einziges weiteres Buch mehr hinein. Und die Fenster in Wirklichkeit längst nicht so groß, wie ich sie mir immer ausdenke. Am Abend zu dritt in unserem großen Zimmer. Carina spricht mit den Buntstiften. Sagt jedem Buntstift seine Farbe als Namen. Große alte Sessel aus grauem Samt. Teppiche. Eine rote Stehlampe. Rote Vorhänge an den Fenstern. Sibylle macht die Vorhänge zu. Von Fenster zu Fenster. Auf Zehenspitzen. Als ob sie tanzt. Und ich muss ihr zusehen dabei. Bald jetzt, Ende Oktober, sind es neun Jahre, seit wir uns kennen. Am Abend wird es still in der Jordanstraße. Erst recht, wenn der Sommer vorbei ist. Je später es wird, umso stiller. Ein Herbstabend. Unsere Stimmen. Und auf dem Dachboden fängt sich der Wind. Wieder Oktober. Du kommst aus dem Haus. Am Morgen noch früh. Die Straße ist nass. Du kommst aus dem Haus und musst stehen bleiben. So riecht es nach Herbst. Das abgefallene Laub. Gerade eben hast du aus der Nacht deinen Traum noch gewusst. Und jetzt ist er weg. Du spürst noch, wie er sich entfernt. Ein Luftzug. Ein Vorhang, der sich bewegt. Flügel, die sich sacht regen. Die Schatten von Flügeln. Und dann ist er gegangen. Weg für immer. Die Tür fällt hinter dir zu. Man kommt aus dem Haus. Das Leben ist fremd. Wo ist die Nacht hin? Hat Carina einmal morgens vor der Haustür gefragt. Und fragt es seither jeden Morgen in meinem Gedächtnis. Morgens jetzt nicht mehr wie früher zur Arbeit ins Antiquariat. Sondern mit Carina in den Kinderladen. Und wollen uns Zeit lassen unterwegs. Der Weg lässt sich Zeit. Erzähl, sagt Carina. Gleich bei der Haustür zu mir. Und muss an meiner Hand zahren. Erzähl. Oder ist schon auf der Treppe eigenständig ins Trödeln und Träumen geraten. Die Jordan, die Merton, die Dante-Straße. Und ab und zu komm, sagen. Komm. Wollen gern über den Campus. Aber auch an der Warte vorbei. Mein Kind und ich. Am liebsten beides. Es geht auch. Man kann durch die Homburger und die Adalbertstraße zur Warte. Und dann auf den Campus. Oder erst durch die Jordanstraße zur Uni und über den Campus zur Warte. Nur gleichzeitig beide Wege geht nicht. Wind auf dem Campus. Der Brunnenrausch. Tropfen sprühen. Der Wind nimmt die Tropfen mit. An der Warte ein Taxistand. Haltestellen. Ein Gedränge von Straßenbahnen. Du hast keine Uhr mit. Schon 25 Jahre hast du keine Uhr mit. Und doch. Von allen Seiten sehen die Uhren dich an. Zeitungsverkäufer. Zeitungsverkäufer. Der heutige Tag. Bücherstände an der Uni. Eine Blumenfrau aus der Wetterau. Ein Inder. Ein Inder baut einen Schmuckstand auf. Als hätten wir einen rechtmäßigen Anteil daran. Als stünde dieser Anteil uns jeden Tag zu. Oder stehen. Oder stehen immer noch vor der Haustür und müssen grübeln, was wir vergessen haben. Jeden Morgen in den Kinderladen. Als ob man immer wieder durch den eigenen Kopf sich umständlich einen Weg suchen muss. Ein paar Jahre lang in den Kinderladen. Und ein paar Jahre heim. Drei Bäckerläden am Weg. Croissants und Karlsbader Harnchen. Rossinenbrötchen, Apfeltaschen. Und Vanillekringel. Eigentlich kaufen wir uns so kurz nach dem Frühstück nichts beim Bäcker. Schon gar nichts Süßes. Man kann nicht immer nur Kuchen essen. Und wollen auch nicht auf der Straße gehen, wenn der Kinderladen schon auf uns wartet. Und denk auch an die Preise. Das Geld. Auch aus Prinzip nicht. Also dem keinem Fall, sagt Carina. Stellt sich dem keinem Fall vielleicht als kugelrunden grauen Mann vor, der es manchmal schafft, einem schnell etwas Gutes wegzunehmen, noch bevor man es hat. Also dem keinem Fall, sagt sie. Und weiß Bescheid. Aber manchmal dann eben doch. Muss man jedes Mal ausnahmsweise sagen. Und dann gleich ernsthaft zu sparen anfangen. Gleich nach dem Einkauf. Da kaut man dann schon. Groissons kennt Carina aus Frankreich. Muss man weißt du noch sagen. Und aufzählen, welche die besten waren. In Marseille. In Martique. In Bajac. In Arles. Und in Sainte-Marie. Es gibt mehrere Beste. Im Sommer im Süden die Morgen. Noch früh und die Hunde gehen über den Markt. Durch die ganze Stadt gehen sie und sehen in den Kneipen nach, ob jemand drin ist, den sie kennen, Mensch oder Hund. Und ob Zuckerwürfel heruntergefallen sind. Bei Eingepackten fressen sie gern die bunten Papierchen mit. Nimm auch ein Karlsbader Hörnchen. Wie könnte ich ein Karlsbader Hörnchen essen, ohne an Karlsbad, an Franzensbad, an Marienbad und an mich als Kind und an meine Mutter zu denken? Muss man erzählen, mit vollem Mund und kann nicht auf die Krümel achten. Wir müssten gleich hinfahren, sagte ich zu Carina. Nur erst noch Sibylle abholen und gleich los. Es ist nicht richtig, dass wir jetzt nicht hinfahren. Apfeltaschen als Kind schon gern. Die gibt es in vielen Ländern. Sind anders bei jedem Bäcker. Deshalb muss man sie überall immer wieder probieren und sich alle merken. Die Ladentürglöckchen. Bei den Bäckern auch immer anders. Die schönsten Ladentürglöckchen gibt es in Holland. Gerade an so einem Herbstmorgen, wenn die Luft kühl und feucht ist, das Pflaster glänzt und der Tag nicht recht anfangen will, nicht weiß, wie er anfangen soll. Gerade dann locken uns die Bäckerläden mit ihrem Honiglicht und der Kuchenbackwärme und mit ihrem guten alten Kindheitsgeruch nach frischem Brot und nach Zimt und Vanille. In jedem Bäckerladen eine Uhr an der Wand. Morgenstraßen. Die Herbstluft. Ein Morgen voller Uhren und Ladentürglöckchen. An der nächsten Ecke unser Morgenbriefträger. Immer gefällig und freundlich. Und mit wem steht er da? Zwei bessere Witwen aus der Jungstraße. Die eine mit einem kostbaren, frisierten Hündchen. Lebendig das Hündchen? Lebendig. Die andere ein zuverlässiges Einkaufswägelchen. Als hilfreichen, treuen Begleiter. Beide Damen mit Hut. Zum Einkaufen auf die Leipziger Straße. Zeitig dran. Lebenserfahrung. Hut, Halstuch, Handtasche. Parfüm, Perlenkette und Pelzjacke. Die mit dem Einkaufswägelchen würde am liebsten ausführlich von ihrem Blutdruck jetzt. Blutdruck, Herz, Kreislauf und was der Arzt dazu sagt. Und die mit dem Hündchen von ihrer Brautzeit. Verlobung Mai 1928. Drei Jahre mit Anstand verlobt. Dann die Hochzeit. Solche Hochzeiten gibt es heutzutage nicht mehr. Aber jetzt stehen sie hier in der nasskalten, grauen Gegenwart mit dem heutigen Morgenbriefträger. Nachrichten aus der Nachbarschaft. Wirtschaft, Sport, Weltpolitik. Da kennt der Briefträger sich überall aus. Und lässt sich auch nicht gern treinreden. Von keinem. Dienstmütze, Eifer. Steht breitbeinig auf dem Gehsteig. Genau da, wo im Sommer von Mai bis September um diese Uhrzeit hell und warm die Morgensonne hinkommt. Jetzt aber nicht mehr. Dienstmütze im Nacken. Als Frankfurter Briefträger und Sportsmann braucht er das ganze Jahr keinen Mantel. Steht und spricht und breitet die Arme aus, als käme er in einem Buch vor, in dem ihm und der Welt und den Menschen ganz einfach in Ewigkeit nichts geschehen kann. Was ist, sagte ich zu mir selbst, warum erschrickst du gleich so, obwohl du hier mit deinem Kind gehst? Den Briefträger grüßen, als sei nichts geschehen. Jetzt siehst du, der Karren ist doch kein Einkaufswägelchen, sondern der amtliche Karren des Briefträgers. Keine Post heute. Wer weiß, was er da alles drin hat und mitfährt in seinem amtlichen Karren. Erst dann im Mai wieder jeden Morgen die Sonne hier an der Ecke auf dem städtischen Gehsteig. Jahrhunderte instit抽hung Wenn ich aus dem Baum ist, was schon seit 25 Jahren in der Rungs ... da ist mein Herr auf, der Arme an der Städtischen Gehsteig ist doch ein sehr scherzer,